Hilf mir! Tobi! Ich bin so erschreckt! Oh, der war kein leichter Geist, aber wo er gekommen ist? Der hat mich so erschreckt! Hallo, ich bin jetzt hier im Skyland Park. Ich bin jetzt neben den Löwen! Das ist voll cool! Das ist so schnell! Schau mal, ich bin nach oben! Wenn die zwei reizen, dann tue ich diesen. Hallo! Weiter mit mir raus! Versteckt euch hinter dem Bischdeck, gell? Ja, das wäre gut! Hallo, ich hole jetzt trotzdem! Meine Schwester macht das jetzt, aber ich will Geld dafür auch nicht! Okay, ich hab Geld mit! Was der Heck ist das? Ich hab Geld mit! Ich hab Geld mit! Boop, boop! Outdoor, bau! 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 Ich bin jetzt so nah aus, aber das hat so Spaß gemacht! Man konnte jeden anspritzen! Bau! 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 Heio! K Königs! Ja, Jürgen, doch 1 K Königs! 4 K Königs! 2 3 1 3 Da kann man alle steuern. Man kann nach oben gehen nach unten. Man kann sich jederzeit auf eine andere Seite sehen. Mir ist ein bisschen schwierig jemand, wenn sie an eine andere Seite gegangen ist. Hier ist der andere Seite. Ich würde jetzt hier etwas machen. Jetzt bin ich ein bisschen dran. Ich habe ein bisschen Spaß gemacht, aber es ist ganz schön. Ich habe ein bisschen Spaß gemacht. Ich bin ein bisschen Spaß gemacht. Ich bin jetzt hier in einem kleinen Zug und da kann man alles vorkaufen und er bleibt bei jedem der Zug stehen. Da ist der Stuttgart und ich und mein Bruder haben damals gebückt und immer jemand andere ist dann nass geworden. Das ist nicht lustig, wir machen Juckes raus! Juckes, danke, danke, danke! Das ist auch gut. Oh, shit, shit! Das ist ein Schwung! Schützt ihn, Fritsch! Oh, da war doch eine Basse überfallen. Ich habe keine Lächeln, was du vorst. Ich will nicht einfach noch auf uns. Ah, das ist nicht... Die Levy hat noch bei uns, die Levy kann. Was? Darf er mit die Basse? Schau, schau, jetzt muss man los, da gibt es Fehler, passt! Oh Gott, das ist noch falsch! Los! Gute Nacht, da ist ja richtig los! Oh mein, oh mein Gott! Es kriegt einmal! Oh Gott, es kriegt nicht! Das kommt los! Das sieht so geil aus! Bei mir doch! Da hat ja keiner! Ah, der Pinselmann! Oh mein Kopf! Das ist ein Pinselmann, du bist so klug! Ein super Kids Park, also ein Pinselmann, keine Ahnung, da kann man sehr viele Dinge machen! Was? Oh mein Gott! Ich bin echt 70. Wenn du bis hier bist, bist du dann bis hier. Ah, jetzt sind wir wieder oben. Gute Dank. Gute Dank, haben wir in deinem Riesenrad. Und der dreht sich irgendwie. Wir fliegen. Oh nein. Meine Kappe ist schon zu gefahren. Mama Mua. Schöne ich sie herzaubern? Aber es ist Katava Simsalabino. Diese kleine Streitmachterbahn, die ist ab 6. Ich glaube, es kommt. Hör auf, ich bin gesehen. Meine Begeisterbahn. Okay, ich werde sie auf jeden Fall fahren. Könnt ihr einfach beschreiben? Echte Geister. Tschüss, Dunkelheit. Das war so ein rotes Licht mit den Spindeln. Ich habe gedacht, die kommt zu mir und beicht mich voll. Warte, das ist aber eine giftige Spindel. Und da war so rotes Licht. Ich habe wirklich Angst gehabt. Ich habe gedacht, die war so groß. Bitte. Ich glaube, der Spindel wird mich nehmen mit der zweiten Hand. Und dann wird er mir ein Spindernetz geben. Hänge geben. Und dann bin ich sein Abendessen. Ich habe mich so erschreckt. Der war kein leichter Geister. Aber woher gekommen ist? Der hat mich so erschreckt. Ich tue, was ich will. Lebe dein Leben, so wie du willst. Ich tue, was du willst.